So, hallo, hallo, hallo. Wir fangen gleich an. Und zwar habe ich ja im letzten Part meinen Wahlknochenpanzer geabt, aber ihr habt es nicht gesehen. Wir sind jetzt gerade an den Up-Materialien dabei, die einzukaufen. Und wir haben dann noch ein Schmiedehandbuch von einem Twitch-Zuschauer geschenkt bekommen, weil das ja onstream war. Aber bevor wir jetzt upen, kommt erstmal das neue Intro. Also schön cringe. Typ, typisch, Ende. Ach, mit magischen Steinen. Ich habe keinen magischen Steinen. Magischen Steinen ist eben auch... ...weil die Vergoldung, weil gerade Ohrensteine so mega heißen. Ich will es gar nicht trinken. Gleich kann. Fuck. Ja, wie ihr gesehen habt, den Wahlknochenpanzer haben wir auf plus 9 gemacht. Dabei schon sehr glücklich darum gewesen. Habe es mir aber auch nicht nehmen lassen, direkt den 6. Boni drauf zu ziehen. Oder halt jetzt erstmal den 6. drauf gezogen. Und den 7. probieren wir jetzt. Ja, habe ich meine Regenbogenfragmente eingekauft. Gott sei Dank sind die Dinger nicht so teuer. Starke Ergänzungen wiederum. Die kosten im Item-Shop sehr viel Geld. Ca. 90 DR kosten 5 Stück. Gebt mir halt dann insgesamt eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 70%. Also 10 Fragmente an sich. Die sind ja schon bei 20%. Und dann nochmal von diesen Ergänzungen in 5 Stück davon. Dann ist man halt bei 70%. Ist an sich ganz cool. Auf der anderen Seite sage ich, man könnte es natürlich auch ohne Ergänzungen reinbauen. Spart man sich die Ergänzungen und die DR dafür. Aber du hast ja nur 20% Chance. Also dann mache ich es einmal gescheit mit der 70% Chance, dass es funktioniert. Und dann klappt es ja in der Regel auch. Habt schon manche gehabt, die haben da richtig verkackt auch mit 70% Chance. Naja, wir fangen jetzt an das Ding zu bonieren und hoffen einfach mal, dass wenigstens ein Boni bei rumkommt. Denn wir sind jetzt schon nämlich am Tag. Dauert er 24 Stunden. Und da holen wir jetzt mal den Wahlknochenpanzer ab. Und dann schauen wir doch jetzt einfach mal, was für Bonis wir da drauf bekommen haben. Also geklappt hat es schon mal. Und wir haben nochmal Widerstand gegen den Sturz bekommen. Ist für den Zodiac ganz geil, aber irgendwann wird das Ding sowieso gedreht. Aber muss man mal schauen, wann wir das machen. Ja, was man jetzt hier noch sehen kann, ist mein Vaso einfach, der noch mit Nexus auf der ZR-Map ist. Wie gesagt, ZR-Map ist halt, ja, mit dem Sura bin ich da halt draufgegangen. Bei meinem Krieger war ich davor mit dem Grolli dabei. Und komischerweise habe ich das Gefühl, dass mein Krieger mit dem Grolli besser dran war, als der Sura mit seiner VZK und seinem Zodiac-Schwert. Kann ja auch nur sein, dass ich mich da komplett enttäusche. Aber ich finde, dass VZK halt nicht viel geholfen hat. Und klar, bei den Mobs, bei den Nachkämpfern war das ganz nice gewesen. Aber du merkst halt trotzdem, wenn du keine Magie-Dev hast, dass sind die Druiden einfach zu stark. Die hauen einfach brutal rein. Und da wollte ich jetzt mal fragen, ob ihr euch da auskennt, oder ob da schon mal einer ausprobiert hat, die ZR, oder diese Zeitriss-Grotte, ob man bei der leveln kann. Ich dachte, also einer hat mal im Twitch-Set geschrieben, dass Tiborius mal meinte, dass das irgendwie geht. Aber ich wollte mal nochmal so von euch wissen, ob das mal jemand ausprobiert hat, und ob man da leveln kann. Wäre nämlich mal ganz geil, weil da muss ich nicht immer irgendwelches Wind-Equipment mir holen, sondern kann auch mal das ganz normale Blitz-Equipment benutzen. Aber ich weiß nicht, wie die ZR-Grotte ist. Ich habe jetzt momentan auch keinen Char, wo ich da jetzt irgendwie unbedingt leveln will oder so. Der Sura ist ja auf 114 gegangen. Jetzt machen wir den Char, weil der leider 115 und 116 ich verkackt habe. Ist halt 117 geworden, so, ne? Aber ja, wenn ihr da mal ein bisschen mehr wisst über die Zeitriss-Grotte, könnt ihr gerne was in die Kommentare mal reinschreiben. Jetzt haben wir hier nochmal eine 54er Sura-Russi. Da war damals wieder Happy Hour gewesen. Das hat mich wieder... Da hat es mich wieder gepackt. Und da war so eine Blitz-Auktion gewesen, wo du noch mehr Switcher kriegen konntest für einen noch günstigeren Preis. Aber im Endeffekt hat das vielleicht nur, keine Ahnung, hunderte Ehrensumme oder so ausgemacht. Klar, gespart ist gespart. Aber ja, war jetzt nicht so ultra krass. Haben die 54er Sura gedreht. Ich hasse jetzt einfach unfertige Sachen zu haben oder dass sie nicht wenigstens mal halbfertig sein können. Ich habe die ja schon so verdammt oft gedreht gehabt. Vor allem dann noch, man kennt ja die Geschichte mit meinem Rundi, wie oft ich den gedreht habe. Die Sura-Russi, die ist auch schon ordentlich gut dabei. Und ich finde es immer wieder faszinierend, was manche Russis einfach schlucken und einfach wirklich nur so ein Quatsch draufkommt. Also das ist schon sehr, sehr traurig. Zwei Switcher haben wir noch, also die ich zumindest jetzt hier noch draufziehe. Und ja, Crab natürlich wieder gekommen. Und bei dem nächsten Switcher leider auch wieder nur Crab gekommen. Ist halt schade. Ja, weiter geht es jetzt damit, dass ich Käfer als einen guten Kollegen von mir einen Grottensapp verkauft habe. Habe es damals für 13 Won geholt. Ich habe es für 14 Won verkauft. So voll auf ekelhaft Basis. Und ja, habe hier noch ein Herrscherband geholt mit 20% und einem Phönixbogen plus 9 da drin für 35 Won. Der Preis geht halt voll fit. Für meinen 55er Körper ist das völlig ausreichend. Und jetzt komme ich hier zum ekelhaftesten Teil. Also da bin ich ja letztens... Ach Gott, das war ja... Das war ja wirklich grauenvoll, ne? Also ein Kollege von mir, Flo, als ich KakuMT2, der nur sporadisch noch zockt, hat mir... Hat gesagt, hey, ich habe noch einen magischen Stein. Hat dann meine Feuerschuhe auf plus 9 probiert. Ist dann gefehlt. Wir haben eine Schmiede draufgezogen. Auch gefehlt. Und jetzt müssen wir die halt wieder auf plus 8 wenigstens bekommen, ne? Ja, Titandioxide gekauft. Lauder stabile Schnüre gekauft. Ich habe halt nur die plus 7er und plus 8er Parts eingeblendet. Ganz wenige plus 5er oder plus 6er Parts, weil das ist wirklich grauenvoll einfach. Und ja, plus 8er Versuche leider wieder nicht funktioniert. So plus 7 ist immer so. Sagst du, okay, da funktioniert es. Gott sei Dank. Also manchmal geht es noch wenigstens auf plus 7. Wie hier zum Beispiel. Aber Titandioxide, die kosten halt schon Geld. Also die kosten ja circa so 1,3 bis 1,6 Won ungefähr. Und das sind halt mal ein paar Won sehr, 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 sehr schnell weg. Vor allem, wenn man bedenkt, stabile Schnüre. Die kosten ja auch schon sehr viel Geld. Auf plus 6 habe ich am Anfang immer mit Segenschriftrollen gehabt. Aber das war, ohm, Leute. Also wenn ihr Feuerschuhe oder High-Level-Rüssis wie Wahlknochenpanzer oder irgendwie so ein Zeug habt, ne? Also macht bis plus 6 wirklich mit Schriftrolle des Drachen aus dem Mondis. Weil mit normalen Segis kommt ihr halt null voran. Also ihr kommt da wirklich null voran. Also das ist immer nur Fail, 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 Fail. Ganz selten mal geklappt. Und der Preis für die stabile Schnüre, du gibst halt wirklich viel mehr aus, als wenn du jetzt wirklich Drachensegis in der Regel benutzt. Weil mit Drachensegis, habe ich die Erfahrung zumindest gemacht, kommt man wirklich viel, 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 viel besser voran. Und ja, wie ihr jetzt sehen könnt, nochmal ein plus 7er Versuch. Leider nicht funktioniert. Das ist schon sehr qualvoll. Also das tat schon wirklich sehr, sehr weh, als ich diese Schuhe gehabt habe. Und es waren einfach nur, ich weiß nicht, circa 20 oder, ne, 25 wurden einfach in den Sand gesetzt für nix. Klar, manche haben viel mehr ausgegeben, aber es tut einfach weh. Ja, weiter geht es jetzt wieder mal damit, dass ich wieder am 6. und 7. Boni dran bin. Ich habe ja gerade von Massive Yikes nochmal gelbe Fragmente gekauft. Und jetzt ist mein HTA dran. Wie einige wissen, habe ich ein Himmelsdrehen-Armband mit 1,5 KTP, 10 TP absorbieren, 10 Durchbruch, 10 Untote, 10 Tiere. Und so ein HTA ist halt für die Hydra trotzdem ganz geil. Und da lasse ich mir das ja nicht nehmen, das mal zu bonieren. Deswegen auch wieder starke Ergänzungen genommen mit der Wahrscheinlichkeit, also auch mit der Hoffnung, dass es natürlich wieder funktioniert. Es tut halt schon weh, wenn du sagst, okay, 70% Erfolgschance und trotzdem funktioniert es nicht. Das wäre jetzt schon wieder ein bisschen ekelhaft. Aber wir probieren es jetzt einfach mal und wir schauen mal jetzt gleich, was draufkommt. Jetzt sind wir im nächsten Part und wir holen es ab und wir haben Widerstand gegen Blut drauf. Natürlich gehe ich auch so ein bisschen mit den Gedanken rein, hey, vielleicht habe ich ja so viel Glück, dass ich auch irgendwie so 20, 30 AW oder vielleicht sogar 50 AW bekomme oder stark gegen Methenstein, 6, 7, 8%. Das wäre auch schon was ganz Geiles, weil viele haben ja, also es gibt ja irgendwie einige, die haben ja das Glück, dass sie ab und zu mal 7 stark gegen Methenstein oder Angriffswehr drauf bekommen. Würde ich auch mal gern haben, das Glück. Was kriege ich? Blut. Geil. Aber egal, wir holen es jetzt wieder ab und schauen mal, was wir bekommen. Okay, also es hat schon mal funktioniert, das ist ja schon mal eine ganz gute Sache. Und jetzt gucken wir mal, was kriegen wir? Okay, Gift. Ja, das ist so geil. Die anderen kriegen so stark gegen Methen und ich kriege Gift und Blut. Geil. Ja, Leute, das war es jetzt mit dem Video. Bitte nicht wundern wegen den Namensänderungen. Auf Anima hieß ich noch harter Kerl. Der Name wurde mir weggesnackt, deswegen jetzt typisch Andy. Die im Aufnahmen sind noch circa einen Monat alt, deswegen jetzt kommt noch ein bisschen Anima, dann bald kommt Azrael. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr gerne mehr sehen möchtet, ihr findet auch meinen Twitch-Kanal unten in der Videobeschreibung. Und zum Intro könnt ihr gerne auch was sagen. Ich weiß, es ist cringe, aber naja. Also Leute, ich wünsche euch was. Euer Andi. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.